Musik 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 Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Beschäftigung mit vergangenen historischen Epochen ist kein Selbstzweck. Geschichte ist niemals ganz vorbei. Sie wirkt graduell unterschiedlich fort. Sie ist stets gegenwärtig. Sie entsteht sogar durch Erzählen immer wieder neu. Und natürlich ist der Blick auf die Vergangenheit immer durch die gegenwärtigen Befindlichkeiten des Erzählers deformiert. Das trifft bei allem geforderten kritischen Abstand auch den Wissenschaftler. Wie sich der Blick auf Karl den Großen mit den Gegebenheiten der Zeit verändert, hat man schon im ersten Kurs teilgesehen. Heute geht es in unserem letzten Kurs darum, solche Wandlungen bis hin zum aktuellen Karlsbild einer kritischen Prüfung zu unterziehen. Umdeutungen von Karl dem Großen begannen früh. Schon die Biografien von Einhardt und Notkebalbulus wollten ihrer eigenen durch Niedergang und Zerfall des Reiches geprägten Zeit ein Bild vergangener Einheit und Größe entgegensetzen. Karls' Kaisertum musste jedem seiner Nachfolger ein nachahmenswertes Vorbild sein. Nach der Translatio Imperii Lehre hatte der Papst das Kaisertum in den Westen getragen. Ein Ende des Römischen Reiches galt es unter allen Umständen zu verhindern. Jeder ostfränkisch-deutsche König hatte die Pflicht, nach dem Kaisertum zu streben. Otto der Große knüpfte mit seiner Aachener Krönung demonstrativ an das Vorbild Karls' an und schuf damit Kontinuitätslinien, die dynastisch gar nicht existierten. Nach ihm wurde die Thronsetzung in Aachen fester Bestandteil der Königserhebung. Ab dem 12. Jahrhundert war auch das sogenannte Krönungsevangeliar Karls des Großen Teil der Zeremonie. Das Werk der Hofschule wurde angeblich im Jahr 1000 bei der Öffnung des Karls Grabes durch Otto III. aufgefunden. Sein kostbarer Einband stammt aus der Zeit um 1500. Jeder neu gewählte König hatte beim Eid seine Finger auf den Anfang des Johannesevangeliums zu legen und trat so in eine direkte Verbindung zu Karl. Im 19. Jahrhundert suchten die europäischen Nationen besonders intensiv nach historischen Vorbildern vergangener politischer und kultureller Größe. Und so wurde Karl für die jeweiligen Nationalgeschichten vereinnahmt. Die Geschichtswissenschaft hatte ihren Anteil daran. Ein lebhafter Forschungsstreit begann, der je nach Richtung Charlemagne für die französische Geschichte, Karl den Großen für die deutsche reklamierte. Dies war natürlich anachronistisch. Schließlich hätte Karl weder etwas mit Deutsch noch mit Französisch anzufangen gewusst, erst recht nicht mit dem Nationenbegriff des 19. Jahrhunderts. Vereinnahmung und Instrumentalisierung ließen sich dadurch natürlich nicht aufhalten. Napoleon Bonaparte knüpfte bei seinem Griff nach der Kaiserkrone an Karl den Großen an. Bei seiner Selbstkrönung in Anwesenheit des Papstes zierten Bilder von Klotwig und Karl dem Großen die Szene. Die antiken Säulen des Aachener Doms waren schon in den Revolutionskriegen ausgebaut und nach Paris verbracht worden, um 1815 in den Befreiungskriegen genauso demonstrativ wieder heimgeholt zu werden. Die Denkmalkultur brachte national gedeutete Karls Bilder in den öffentlichen Raum. In Paris wurde vor Notre-Dame ein Reiterstandbild aufgestellt, das Karl mit seinen Lehnsleuten zeigt, die sehr stark der nationalen Ikone Vercingetorix ähneln. In Aachen schuf der Historienmaler Alfred Retel Vorlagen für einen fresken Zyklus im Krönungssaal des Aachener Rathauses, in dem Karl der Große seine Truppen gegen die Mauern gar unter einer deutschen Fahne ins Feld führt. Als dann 1871 das Kaisertum wiederbelebt wurde, bemühten sich die Hohenzollern lebhaft Karl den Großen in ihre Geschichte zu integrieren. In der Kaiserpfalz Goslar, das in jener Zeit mit preußischem Geld als Projekt nationaler Einheit wieder aufgebaut wurde, schuf der Historienmaler Hermann Wislicenus das Bild, Karl der Große bei der Zerstörung der Irmensul. Es war gewissermaßen die Einleitung zum zentralen Gemälde der Apotheose des Kaisertums. Wilhelm I. als Vollender des von Karl begründeten mittelalterlichen Kaisertums. Aus dem Himmel schaut Karl auf ihn herab. Wie sehr der Karls Mythos gerade von den Hohenzollern bemüht wurde, zeigt sich sogar in der Flotte. 1899 wurde seiner Majestät Schiff Kaiser Karl der Große vom Stapel gelassen, ein 13.000 PS-Dampfer mit 20 Zentimeter geschützen. Das Flaggschiff des Verbandes war übrigens die Kaiser Wilhelm II. Man stelle sich den Funkverkehr vor, Wilhelm II. an Karl den großen, ankerlichen, langsame Fahrt voraus. Doch zum 20. Jahrhundert. Verblendeter Nationalismus hatte die Völker Europas in zwei Weltkriege geführt. Als nationales Vorbild war Karl damit gewissermaßen desavouiert. Doch schon bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs traten neue Karls Bilder an die Stelle der Alten. Mit den Verträgen von 1951 bis 1957 und der Gründung der Europäischen Union konzentrierte sich die Suche nach historischen Projektionsflächen bald auf Vorbilder einer inneren und äußeren Einheit. Und schnell bot sich Karl der Große an. Denn unter seiner Regierung hatte es eben zum einzigen Mal zuvor in der europäischen Geschichte ein Gebilde gegeben, das eine vergleichbare Größe hatte und zudem noch die meisten der damaligen EWG-Mitgliedstaaten umfasste. Und was die kulturelle Kohärenz betraf, so ließ sich bestens auf jenen homogenen christlich-westeuropäischen Kulturverband verweisen, der auf die Bildungsreform zurückgeht. Humanistisch geprägte Europäer konnten hier leicht ihre Wurzeln sehen. Den wahrscheinlich größten Anteil an der Verbindung des neuen Europa-Gedankens mit Karl dem Großen hatte der Aachener Karlspreis. Er wurde seit 1950 zunächst als Preis der Stadt Aachen, seit 1988 als internationaler Karlspreis vergeben. Und zwar für Verdienste um die Einigung Europas. Der Initiator des Preises, der damalige Aachener Bürgermeister Kurt Pfeiffer, formulierte den Anspruch. Der Karlspreis wirkt in die Zukunft. Er bürgt gleichsam eine Verpflichtung in sich, aber eine Verpflichtung von höchstem ethischem Gehalt. Er zielt auf freiwilligen Zusammenschluss der europäischen Völker, um in neu gewonnener Stärke die höchsten irdischen Güter, Freiheit, Menschlichkeit und Frieden zu verteidigen, den unterdrückten und notleidenden Völkern wirksam zu helfen und die Zukunft der Kinder und Enkel zu sichern. Als Vorbild wurde Karl mit der Begründung auserkoren, dass er als erster Einiger Europas gilt und damit eine Brücke zwischen europäischer Vergangenheit und Zukunft geschlagen hat. Bedeutende Persönlichkeiten wurden ausgezeichnet. Konrad Adenauer, Robert Schumann, Werner Hallstein, François Mitterrand und Helmut Kohl, Watschlaff Havel und Johannes Paul II. 2002 sogar der Euro, der im Karlsdenar sein Vorbild fand. Kaum einer unterließ es, in den Ansprachen auf das historische Vorbild Karls des Großen zu verweisen. Der erste Preisträger, Graf Richard Nikolaus von Kudenhofen-Kalergi, machte 1950 sogar den Vorschlag, einen neuen europäischen Staatenbund mit dem Namen Union Schalmanje zu gründen. Daraus wurde nichts, wenigstens residierte der Ministerrat ab 1971 im Schalmanje-Gebäude. Vor allem die Ikonografie des Karlspreises hat zu einer untrennbaren Verankerung von Karl und dem Epiteton Pater Europä beigetragen. Die Karlsbüste vor dem Europablau im Strahlenkranz der Europasterne. Die Rhythmisierung des Rituals tut ein weiteres zur Verdichtung des Bildes in der öffentlichen Kommunikation. Ist dies gerechtfertigt? Darf man Karl als Pater Europä sehen? Was sagt die Forschung dazu? Wenn Sie durch die aktuellen wissenschaftlichen Karlsbiografien blättern, werden Sie feststellen, dass bei genauer Lektüre die Historiker mit solchen Bildern sehr viel zurückhaltender geworden sind. Dennoch vergisst kaum einer zu betonen, dass Pater Europä bereits eine zeitgenössische Bezeichnung war. Man sucht also Rechtfertigung durch Quellen. Wie Sie das auch überprüfen können, wissen Sie bereits. Ich habe es Ihnen für diesen Fall abgenommen. Das Ergebnis ist mager. Außer einigen ähnlichen Wendungen wie Europä Prinzeps in Gedichten des Sedulius Cotus, ein Mitglied des Gelehrtenkreises, gibt es Pater Europä tatsächlich, aber nur ein einziges Mal. Im Paderborner Epos beim Empfang des Papstes durch Karl. Hier macht der anonyme Dichter den König zum Pater Europä. Ihm gegenüber der Papst als Summus Pastor in Orbe, als höchster Hürde im Weltkreis. Immerhin, Pater Europä ist zeitgenössisch belegt, wenn auch dünn. Und natürlich muss bedacht werden, dass der Dichter Europa kaum in unserem Sinne verwendete. Sie sehen also, bei der Konstruktion von Kontinuitätslinien ist Vorsicht angebracht. Ein retrospektives Vorgehen, also der Blick zurück, um die Anfänge gegenwärtiger Zustände zu suchen, ist möglich. Dies ist ein durchaus bewährtes historisches Verfahren. Aber diese Vorgehensweise bürgt auch Gefahren. Die Suche nach äußeren Merkmalen, in diesem Fall historisch-politische und kulturelle Räume, führt leicht zu Oberflächlichkeiten, die prozessuale Veränderungen ignorieren. Spannender und ertragreicher ist der umgekehrte Weg, von einem historischen Zustand auszugehen und zu untersuchen, welchen Veränderungen er bis hin zur Gegenwart unterworfen war. Und da ließe sich von Karls Europäischem Großreich aus noch eine Reihe historischer Ebenen einziehen. Teilung und Zerfall des Reiches ab 843, Entstehung ost- und westfränkischer Identitäten, spätmittelalterliche Nationenbildung, die Entwicklung des europäischen Mächtekonzerts von Maximilian über den Dreißigjährigen Krieg bis zum Wiener Kongress, die Revolutions- und Befreiungskriege, der Krimkrieg, Nationenbildung bis zu den Weltkriegen und den Wegen zu einem neuen Europa. Noch deutlicher wird es, wenn wir uns den Wandel des Europa-Begriffes vergegenwärtigen, Kultur- und geistesgeschichtliche Entwicklungen mit einbeziehen. Vieles, was sich mit einem modernen Europa verbindet, kam lange nach Karl. Europa als Wertegemeinschaft ist heute nicht zu denken ohne mittelalterliche Universitätskultur, ohne Renaissance und Humanismus, ohne Aufklärung, ohne Bürgertum, Liberalismus und Kommunismus, Kolonialismus und Globalisierung, auch nicht ohne seinen Nationalismus samt dessen furchtbarsten Auswirkungen, an deren Überwindung wir noch immer arbeiten. Machen Sie einmal die Probe aufs Exempel. Notieren Sie, welche Vorstellungen und Werte Sie mit Europa verbinden. Und dann streichen Sie weg, was es bei Karl nicht gab. Freizügigkeit, Verfassungsgedanke, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit, Gleichheit, vertragliche Einigungen. Auf welche Weise war dagegen das Reich Karls begründet worden? Sie sehen, die Kontinuitätslinien werden dann immer dünner. Es schadet, meine ich, trotzdem nicht, von Karl als Pater-Europa zu sprechen. Aber kritische Betrachtung, ganz besonders in der Geschichtswissenschaft, ist angebracht. Man muss wissen, wovon man wirklich redet, wenn man Karl Pater-Europa nennt. Machen Sie sich dies bewusst und machen Sie es transparent, dann ist es auch legitim. Dann sehen Sie nicht nur, was auf der Oberfläche liegt, sondern entwickeln historische Tiefenschärfe. Sehen nicht nur das, was ist, sondern verstehen, wie es geworden ist. Das ist der Blick des Historikers. Unverzichtbar für die Erkenntnis der Gegenwart. Und ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen Anregungen für die Entwicklung solcher Perspektiven geben konnte. Ich danke Ihnen fürs Mitmachen. Auf Wiedersehen. Mitmachen.